Musik 61% haben eine Gabe, die andere nicht haben. Sie sehen Dinge, die andere nicht sehen können. In manchen Situationen vielleicht etwas Gutes. In diesem Fall aber bei diesem wunderbaren Gebräu, das aus herrlich duftenden Kaffeebohnen hergestellt wird. Dem Espresso aber sehr erstaunlich. Denn der Espresso, ein Getränk, das erfrischend und v.a. wachmachend ist, kommt dieses X nicht vor. Es heißt Espresso und nicht Expresso, wie man häufig hört. Richtig ist ausschließlich Espresso. Blamier dich nicht, sag auch Espresso. Aber vermutlich hast du das auch schon richtig gemacht. Wunderbar.